Um 6.22 Uhr britische Zeit ereigneten sich mehrere chemische Angriffe in ganz Europa. Ich wiederhole, Downing Street liegt im Kontaminationsradius, aua! Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihr GLGN abwärts hier! Meine Leute sind tot oder sterben! Ich hab Gas eingeatmet! Ihr Rammstein, wir werden angegriffen! Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken die Kontaminierungseinheiten. Kein Gas! Uns greifen hier russische Bodentruppen an! Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen? Die ganze russische Armee fordert sofort die Unterstützung! Berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Elysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlog. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Data 01, hier Overlog. Sie werden nach Hamburg Wir brauchen einen Rettungsvogel und einen LH-6, den ihr daneben möchtet. Wir brauchen einen Rettungsvogel, den ihr daneben möchtet. Der Konvoi hat den Evakuierungspunkt nicht erreicht. Finden wir ihn und bringen die Jungs nach Hause. Weiter ein, sein unterwegs. Rhinos-Schwuch kommt. In Bewegung bleiben. Vorhandene Deckung nutzen. Hier ist Rhinos raus in die Bewegung. Runter vom St... Bewegung! Bewegung! Setz den Rauch ein! Ihr Jungs müsst vor Auskunft schaffen und sicher gehen, dass wir weiter können. Verstanden! Wir machen einen Weg frei! Alles klar, Reiberei! Wir legen die rechte Flanke! Ich gehe nach rechts! An die rechte Flanke! O Van den Ring ersatzteile ein! Yourcrassemb wird einр 유튜� auf Listener! An die rechte Flanke! An die rechten Flanke! An die rechte Flanke! An diech nach rechts! Das war's. 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 Das war's.